Moin moin und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um die Frage bzw. um die Thematik, wenn so ein kleiner Copter wie der Tinewub, also ein 85 bzw. 86mm Copter, wenn der schon von sich aus bei 3S eine ganze GoPro, ohne dass man die auseinanderbaut, tragen kann, werden dann bald traditionelle 3 Zoll Cinewubs obsolet sein oder nicht? Los geht's! Das Teil hat richtig, richtig viel Kraft und das bringt mich jetzt zu der Frage, nehmen wir mal an, man baut den hier als 95er, von mir aus als 100er Variante, also alles noch unter 3 Zoll, sagen wir mal 2,5, 2 Zoll, 2,5 Zoll, irgendwie sowas, dann hat das Teil ja wirklich unendlich viel Kraft und dann kann man damit mit Sicherheit auch mit einer ganz normalen GoPro relativ easy mitfliegen, was jetzt für mich ehrlich gesagt die Frage aufwirft, braucht man denn überhaupt dann noch so diese traditionellen 3 Zoll Cinewubs? Das hört sich für mich irgendwie komisch an, wenn ich sage traditionell, weil so richtig trendy wurden die erst vor ein paar Monaten. Die sind ja jetzt aus dem Boden überall rausgeschossen, alle Firmen haben jetzt auch einen rausgehauen. Viele Leute haben sich auch ein Cinewub, ja, bestellt und gebaut und sind damit aber einfach, also viele wussten einfach, glaube ich, nicht, wofür die Dinger da sind. Also die haben dann die Teile eher geflogen, weil sie halt so diese Ducks haben und die dann so ein bisschen geschützt sind und dann vielleicht mal das Verletzungsrisiko für andere oder für Gegenstände nicht so hoch war, aber eigentlich wurden die ja nur für den einen Zweck gebaut und deshalb haben die diese fetten Ducks und die halt diesen extra Auftrieb generieren, damit man in so einem kleinen Formfaktor eine ganze GoPro tragen kann, weil das vorher einfach mit einem normalen 3 Zoll nicht möglich war. So, und jetzt aber hier mit solchen Entwicklungen, mit einer Pusher-Konfiguration, das ganze Teil ist natürlich auch viel, viel leichter geworden, weil das alles eben aus diesem Toothpick-Realm, sag ich mal, ja, aus diesem Toothpick-Bereich rauskommt, wo man dann ein All-in-One-Board hat, wo alles drin ist, also ESC, FC, damit kann man halt jetzt anscheinend, oder zumindest kommt man jetzt relativ, ich sag mal zeitnah auf jeden Fall, an den Punkt, wo man eben deutlich kleinere Copter bauen kann, die keine Ducks brauchen, um diesen extra Auftrieb zu machen und trotzdem eine GoPro oder Insta360 One Air heben können. Also von daher ist, da bleibt echt die Frage, ob dann Cinewhoops nicht, ja, ihr Jahr, ich sag mal höchstens ihr Jahr hatten, in denen sie so richtig, richtig beliebt waren und dann jetzt so langsam vielleicht nicht mehr. Klar, der Vorteil von Cinewhoops, von 3 Zoll Cinewhoops ist, dass man damit auch mal bei ein bisschen mehr Wind fliegen kann, aber so groß ist, glaube ich, da auch der Unterschied nicht, weil ein Whoop bleibt ein Whoop und der ist halt kritisch anfällig für Wind. Und wo hier jetzt zum Beispiel der Wind noch so durchpfeifen kann, was den Copter dann nicht komplett so stört, hat man dann bei solchen Ducks hier natürlich die totale Windangriffsfläche. Das heißt, bei mäßigem Wind könnte ich mit einem 3 Zoll Cinewhoop oder kann ich mit einem 3 Zoll Cinewhoop eigentlich gar nicht vernünftig fliegen. Ich werde hier demnächst auch nochmal den Diaton Taycan aufbauen. Taycan, Tay-Tay-Tay-Tay-Tay-Tay-Tay. Den habe ich nämlich auch von Diaton geschickt bekommen und werde den mal gegentesten. Der soll sehr, sehr gutes Flugverhalten haben. Dementsprechend bin ich da nochmal gespannt. Aber tendenziell glaube ich, dass man so langsam, zumindest für den filmerischen Bereich, und Leute, dafür sind die Teile eigentlich gebaut worden, also die 3 Zoll Cinewhoops, vielleicht so langsam umsatteln kann. Auf gar keinen Fall sehe ich hier so auseinandergebaute GoPros. Allzu lange. Also ganz ehrlich, sehe ich einfach nicht. Ich habe mir jetzt zwei auseinandergebaut, einmal die 6er und einmal die 8er, und es ist einfach nur ein Krampf, auch damit umzugehen. Also das ist so, man connectet dann das Handy zur GoPro und dann ist das mega langsam und manchmal scheitert die Verbindung und bla und blub. Also es ist wirklich, klar ist es ganz cool und ich fand es auch ganz nett, mich da mal mit reinzufuchsen, aber ich sehe, also ich glaube, es muss halt Lösungen geben, wo man ganz normale Kameras drauf macht. Und wenn von mir aus dann die Kameras einfach nur noch leichter werden, ist auch okay. Aber nichts, wo man jetzt irgendwie hier was auseinanderbaut. So, das war nämlich noch ein kleiner Auszug aus meinem Tina-Woop-Review. Das habe ich erst mal nicht ins Video gepackt, weil das hätte dann den Rahmen gesprengt. Das Video ist an sich ja schon ziemlich lang. Und ich dachte aber, dass es so als einzelner Topic, mal zum drüber nachdenken und vielleicht auch zum drüber diskutieren, ganz interessant für euch ist. Ich bin da auf jeden Fall mit ein paar Firmen in Kontakt und versuche, die auch so ein bisschen in die Richtung, oder denen im Prinzip die Richtung zu zeigen, so von wegen, hey, guck mal, da und dahin könnte es jetzt gehen und probiert doch mal das und das. Ich habe auch schon an Diatone die Bitte weitergegeben, den Tina-Woop als 100mm-Version mit 5000kV-Motoren in 4S eben mal zu versuchen zu entwickeln. Ich würde da auch mithelfen. Ich weiß jetzt natürlich nur nicht, wie empfänglich die dafür sind. Manche Firmen, so wie Insta360 Go, die haben da ein super offenes Ohr für irgendwelche Vorschläge und Änderungen, die halt dann tatsächlich daraus was Besseres machen könnten. Andere Firmen haben dann eher so diesen monetären Faktor, da geht es dann eigentlich mehr auf Masse. Bei Diatone glaube ich schon, dass die da eigentlich auch sehr gut drauf gucken, dass das Teil qualitativ gut ist. Aber ich denke, dass die auch so eine Mittelschiene versuchen zu fahren. Also das muss sich natürlich auch rentieren. Ich meine im Endeffekt, jeder super gute Copter, der gut fliegt, der gut leistet, der rentiert sich ja auch. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass einige chinesische Hersteller das einfach gar nicht auf dem Schirm haben. Und selbst wenn man denen sagt, dann kommt da nicht viel bei rum. Ich bleibe da auf jeden Fall dran. Zur Not baue ich eben meinen eigenen als Proof of Concept und zeige das Ding dann einfach irgendwelchen Firmen und schaue dann mal, wer als erstes darauf anspringt. Ich kann mir auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut vorstellen, dass es halt eher in diese noch kleinere Richtung geht. Also ich glaube 100 Millimeter, also so ungefähr die Größe von einem 95X, weil das ist effektiv ein 100 Millimeter Quad. Diese Dinger ausgestattet mit einer richtigen, kompletten Kamera, GoPro, Insta360 One, wie auch immer. Ich glaube, dass die irgendwann demnächst mal Cinewhoops ablösen werden. Ich fand es eh, also der ganze Cinewhoop-Trend, der kam für meine Verhältnisse eigentlich fast schon viel zu spät. Also die Hersteller haben alle angefangen mit Cinewhoops irgendwie da herum zu experimentieren und die rauszubringen. Da waren die Dinger eigentlich schon wieder alt. Also keine Ahnung. Man hat es halt auch gesehen, dass sie dann noch die ganzen alten Entwicklungen noch mitgenommen haben und dann bei den Ducts eben auch oft gar nicht wissen, wofür die da sind und die dann einfach nur wie so Thunfisch-Dosen drangepackt werden und die überhaupt nicht wissen, dass die eigentlich eine bestimmte Form haben müssen, dass die halt einen vernünftigen Auftrieb generieren und so weiter und so fort. Von daher, was denkt ihr denn über diese ganze Entwicklung? Wenn ihr da irgendwelche Anreize habt oder wenn ihr irgendwelche Gedanken dazu habt, dann lasst die gerne mal in den Kommentaren. Ja, und dann war es das auch schon wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut rein!